einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen platin guide ich habe mir das alles mal ein bisschen zurecht gemacht wir haben 1 2 3 4 5 mal schon platin geholt wo man ein bisschen was machen konnte um sich ein bisschen zu vereinfachen und die richtige einfachen die habe ich mir zum schluss aufgehoben da ist ganz einfach hier ist ganz einfach hier muss man ein bisschen was machen aber ist auch einfach aber das wird ein bisschen tricky da können wir nämlich ein bisschen bescheißen wir müssen nämlich hier bellen ausweichen es gibt aber auch ein glitsch und jetzt zeige ich euch jetzt wir lassen uns jetzt einfach mal zweimal von einem ball treffen und dann kommt hier so ein zweier ball da müssen wir richtig sind wir jetzt drin und da können wir jetzt hier einfach uns am rand stellen also so schnell klappt es normalerweise nicht dass die treffe ihr müsst halt praktisch den ersten ball treffen den zweiten ball und denn wenn die beiden bälle kommen dann müsst ihr euch von beiden bällen gleichzeitig treffen lassen so wie gerade da stand dann seid ihr auf minus 1 und sobald ihr auf minus 1 seid könnt ihr nicht mehr sterben und die punkte laufen trotzdem weiter die bräuchte ich jetzt nur noch zurücklegen und warten ja bestätigen logischerweise jetzt noch und warten bis die punkte drin fliegen mehr mochte nicht machen ist aber war jetzt reine glückssache dass es bei mir zu schnell geklappt hat ich habe beim ersten mal wo ich auf dem haupt profil platin gemacht habe 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 ich glaube fünf oder sechs versuch gebraucht bis es dann endlich geklappt hat so 7500 es müsste gleich platin kommen 10.000 und da muss noch die 15.000 erreichen ich habe es jetzt nicht 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 mehr im kopf aber wie gesagt wir können kein leben mehr verlieren es läuft ganz easy durch und es müsste jetzt so platin kommen rein theoretisch die doppelst 20.000 und 18.000 war so als wenn es nicht so hoch geht über 20.000 und es ist so hoch und es ist so hoch ist so hoch das ist die platin jetzt haben wir platin erreicht und beim nächsten mal geht auch wieder einfach so in kopf hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat däumchen werden träumchen wenn ihr fragen habt in die kommentare bis zum nächsten mal haut da rein das hat euer odin